Heute zeige ich euch ein Strickmuster, ein Wellenmuster, was ihr ganz leicht nacharbeiten könnt. Ich verwende jetzt den Kontrastgarn, damit ihr das Muster schön sehen könnt. Das Wellenmuster besteht aus rechten und linken Maschen und insgesamt aus sechs Musterreihen. Die erste Musterreihe beginnt ihr mit fünf rechten Maschen, einer linken Maschen, fünf rechten Maschen. Wichtig ist bei diesem Muster, dass ihr eine ungeratene Zahl habt. Maschenanzahl muss teilweise sechs sein, plus fünf extra Maschen. Also 12 plus 5, 18 plus 5, 24 plus 5 und so weiter. Dann beginnt ihr mit der ersten Musterreihe, das ist eine Hinreihe, fünf Maschen rechts. Die Randmasche 1, 2, 3, 4, 5. Nun eine linke Masche und wieder fünf rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder eine linke Masche und nun wieder 1, 2, 3, 4, 5 rechte Maschen. So, die zweite Reihe, die Rückreihe beginnt ihr mit einer Masche rechts. Dann 3 links. 1, 2, 3 linken, 3 rechten. Und das wieder im Wechsel. Dann wieder 3 links, 3 rechts, 3 links, 3 rechts. Und es wird geendet mit drei linken und einer rechts. Also die Randmasche wird wieder rechts gestiegen. Eine linke Masche, noch eine linke und jetzt eine rechte. Die dritte Reihe ist wieder eine Hinreihe. Die beginnen wir mit zwei Maschen links. Und dann eine Masche rechts, zwei Maschen links und Wechsel. So, jetzt höre ich mir nochmal ein bisschen Faden nach. Also dritte Reihe, Hinnereihe, zwei Maschen links. Ich nehme dazu den Faden auf die Nadel. Steche von oben ein. 1, 2, 1. Eine Masche rechts. Und zwei Maschen links. Und das im Wechsel. Also eine rechts. Zwei links. Eine Masche rechts. Zwei links. Eine Masche rechts. Zwei links. Eine Masche rechts. Zwei links. Die vierte Reihe. Beginnen wir, ist auch eine Rückreihe wieder. Die beginnen wir mit einer Masche links. Drei Maschen rechts. Eine Masche links. Drei Maschen rechts. Drei Maschen links. Drei Maschen links. Das wiederholen wir wieder. Also drei Maschen rechts. Drei Maschen links. Drei Maschen links. Drei Maschen rechts. Und mit einer linken Masche enden. Lindsey Maschen rechts. Die fünfte Masche. Die fünfte Masche ist wieder eine Hinreihe. Wird wie folgt gearbeitet. Zwei Maschen rechts. Dann eine linke Masche. Fünf rechte Maschen. Und jetzt wieder eine Masche links, 5 Maschen rechts wiederholen. Also die linke und jetzt wieder 5 rechts. Die sechste Reihe des Wellenmusters ist eine Reihe links. Das sind schon die 6 Musterreihen für das Wellenmuster. Ich zeige euch gleich, wie das Wellenmuster am Stück aussieht. Ich stricke noch eine zweite Reihe drauf. Dadurch ist es besser erkennbar. Wichtig ist bei dem Muster immer eben diese 6 plus 5. Damit ihr, wenn ihr das verdoppelt, könnt ihr nicht 13 nehmen, sondern es muss dann immer 12 plus 5 sein. Damit das Muster auch aufgeht und ein schönes Bild ergibt. So, jetzt geht's wieder los. Die erste Reihe war 5 Maschen rechts. 3, 4, 5. Dann eine Masche links. 5 Maschen rechts. Eine Masche links. 5 Maschen rechts. Jetzt in der ersten Reihe ist die Wiederholung immer zwischen einer links, 5 rechts. Die zweite Reihe beginnt mit einer Masche rechts. Und so, da sieht man schon ein bisschen die Wellen, die entstehen. Die zweite Reihe beginnt wieder mit einer Masche rechts. 3 Maschen links, 3 Maschen rechts. Und die Wiederholung liegt dabei in 3 Maschen links, 3 Maschen rechts. Enden muss das Muster immer mit 3 Maschen links und einer rechts als Randmasche. links, links, rechts, 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 rechts. Und jetzt kommt die Endung. 3 Maschen links und eine Masche rechts. Die vierte Reihe beginnt daher wieder mit einer linken Maschen. Wir haben mit einer rechten Aufbrille, also beginnen wir mit einer linken. Jetzt wieder 3 Maschen rechts, 3 Maschen links und Wechsel. Also genau gegenverkehrt, wie die Maschen erscheinen. Auf die rechte Masche kommt eine linke und auf die linken kommt eine rechte Masche. So, da haben wir eine rechte drauf, da ist eine linke, eine rechte drauf. Und enden tun wir wieder mit einer rechts. Die fünfte Musterreihe ist 2 Maschen rechts. Nein. Eine links. Die vierte Reihe ist das ja auch erst. Eine links und drei rechts. Drei links im Wechsel. Die dritte Reihe war 2 links, eine Masche rechts, 2 links im Wechsel. Die vierte Reihe stricken wir jetzt. Und die fünfte Reihe ist 2 rechts, wird begonnen. Und eine Masche links. Und die Wiederholung liegt jetzt in den fünften Maschen rechts. Eine Masche links, mit der linken wird angefangen. Also 1 links, 5 rechts. 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 Und die letzte Musterreihe ist wieder eine Reihe links. Nur linke Maschen werden gestrickt. Den Faden vor die Nadel legen. Von oben in die Masche einstechen und den Faden durchholen. So, jetzt gucken wir uns noch eine links, noch eine links, noch eine Masche links, noch eine Masche links. So, jetzt gucken wir uns das Muster an. Und das ist das Wellenmuster. Das ist die Rückseite. Die Rückseite ist auch sehr schön. Da sieht man die Tacken. Die drei Ecke sozusagen. Und die Vorderseite sind ganz klar rechts Wellen. Und der Gegengesetzte ist glatt rechts zum Hervorheben. Also, jetzt gucken wir uns noch mal an. Vielen Dank.